Und dann gehen die alleine hoch, weil die warme Luft leichter ist, die steigt hoch. So, wir lassen nochmal was fangen, dann holen wir mal eine schöne Eute. Oh, da hat's so nett. Ich glaub, keiner hat. Da können die sehr alt werden, ja. Da geht auch ganz schön was rein. Die können ein halbes Kanin pippen. Dann brauchen die zwei, drei Tage keinen Puppen. Unser kräftigster Adler ist was für anderen? Wer weiß es? Der Wee-Adler, genau. Der stärkste Adler ist der. Den gibt's bei uns jetzt, den habt ihr hier, aber bei uns die Freien nicht. Ja, ganz vorne mit der grüne Kappe. Habist. Der Habist ist kein Adler, der Habist ist ein Habist. Der Seeadler ist der. Er ist der stärkste Adler in Deutschland, er ist nicht der Größte, der Größte ist der Seeadler. Ja? Ich tippe mal auf den Steinadler. Den Steinadler, genau. Der kann nur mit ihrem Beispiel! Der kann nur mit ihrem, der kann analyse. Das war's für heute. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018